Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 29. Juni 2017. Geek Talk Daily, die 150. Es ist soweit, wir haben unsere 150.0 voll. Und die heutigen Themen, die ich für euch mitgebracht habe, ist Petia, Qualcomm, Windows Store, Google News, Bixby, Kabel weg und kein Downgrade. Gut, dann stört man uns doch gleich in die Themen. Petia, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ist eine ziemlich unschöne Geschichte. Sprich, ein weiterer Hack, der durch das Internet geht oder ein weiterer Kryptotrojaner, der Firmen flach legt. Auf heisse-security.de findet ihr einen ziemlich ausführlichen Beitrag, was der genauso tut. Und vor allem, da wird auch fleissig updated, welche Firmen und so weiter alles betroffen sind. Das sind unter anderem Firmen darunter wie Nivea und Ähnliches. Also ziemlich unschön, Grosskonzerne. Auch in Tschernobyl misst man aktuell die Radioaktivität nur noch manuell, da die Windows-Systeme ausgefallen sind, die man da sonst eigentlich dafür nutzt. Leute, 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 updatet eure Systeme und macht fleissig Backups. Und als nächstes komme ich zu Qualcomm. Ja, es gibt sie, die grossen, grossen, grossen Gerüchte rund um Apples neues iPhone. Mich langweilen die. Aber ja, es geht ja nicht mehr lange. Wird Apple dann auch damit kommen, was da alles so drin sein wird? Eines der Themen ist sicherlich der Fingerabdruckscanner. Sprich, der weichende Button, der unten dran ist, der da eben wegkommen soll und das Ganze dann unters Display gehen will. Zumindest laut Gerüchten. Jetzt kam jemand anders zuvor. Wir hatten es ja immer wieder mal in den Themen drin. Qualcomm ist es diesmal. Die haben präsentiert ein Display oder besser gesagt ein Sensor, den man nicht nur unter Glas, sondern auch unter Metall und anderen, wie sagt man, Materialien verstecken kann, um nachher eben ihn zu bedienen. Das Ganze wird aber nicht jetzt kommen. Somit ein fast eben wieder GAN-Geschichte. Das Ganze wird im Sommer 2018 kommen. Also jetzt einfach mal quasi ausgenutzt, ja, das, was Samsung nicht geschafft hat und Apple eventuell vielleicht auch nicht schaffen wird, wenn sie soweit überhaupt gegangen hätten sein wollen tun. Mein Gott, Deutsch. Gehen wir weiter. Google News. Die Plattform gibt es schon ein Weilchen und hat jetzt endlich mal ein kräftiges Redesign bekommen. Also Redesign, ein bisschen eine Aufhübschung. Das Ganze ist jetzt strukturierter, einfacher, quasi, ja, es schaut jetzt halt aus wie die restlichen Dienste von Google, was auch sicherlich gut und wichtig war. Wer da viel drauf rumsurft, wird sich sicherlich darauf freuen. Vorher hatte ich schon ganz kurz angesprochen, Samsung und eben das neue Telefon, was sie da hatten, das S8, das hat ja so einen lustigen Button rechts, der Bixby-Button, der nicht wirklich belegt ist, weil, ja, ihr wisst es ja, Bixby, zumindest in Deutschland und Schweiz-Österreich erst gegen Ende des Jahres kommt. Es schaut so aus, als ob wir da noch weiter warten dürfen. Noch viel hässlicher, auch die amerikanischen Kollegen dürfen da noch anscheinend ein bisschen warten. Die Beta-Phase hat zwar gestartet, aber irgendwie will dieser Bixby nicht ganz so richtig amerikanisch oder ein bisschen gesagt Englisch sprechen. Das Einzige, was sie wirklich können, ist Koreanisch, da funktioniert der komplette Funktionsumfang, aber all die anderen Sprachen wie Chinesisch etc., das tut nicht so. Und deshalb wird jetzt Samsung, ja, wie habe ich damals gesagt, ein toter Button. Ja, es geht in die Richtung. Schade, schade. Aber ja, weiter im Thema. Apple schneidet weitere ältere Zöpfe ab, denn ab sofort sind aus dem Programm, also aus dem App Store gefallen, die Mäuse und die Tastaturen. Keine Angst, die gibt es auch weiterhin noch, aber die kabelgebundenen. Tja, eine Ära geht zu Ende. Alles wird wireless. Das Letzte ist eine News zum Thema iOS. Normalerweise, wenn ein neues iOS rauskommt, aktuell ist ja die 10.3.2 online, macht Apple so zwei, drei Tage später die Vorversion unbrauchbar, sprich, dass sie nicht mehr signiert ist und ihr könnt da nicht mehr zurückgehen. So zwei, drei Tage geben sie euch jeweils Zeit für den Fall, dass irgendwas nicht klappen sollte mit der neuen Version, dass ihr da zurückgehen könnt. Das hat jetzt doch ein Weilchen gedauert, weil das Update auf 10.3.2 ist schon länger hier und jetzt hat Apple erst dichtgemacht, also ihr könnt nicht mehr zurückgehen. Ich hoffe für euch, dass alles funktioniert und auch all eure Apps. Ja, das war es auch schon mit den ganzen Themen, die ich hatte. Ich habe euch anfangs der Woche etwas versprochen. Keine Angst, das kommt noch diese Woche. Nur nicht heute leider. Aber in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Start in den neuen Tag und ja, wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.